Hallöchen Leute und herzlich Willkommen hier zurück bei unserem Fifa Land Play Oh Hallo Wer bist du denn? Mach jetzt, ich bin Clarky, jetzt mach ich will spielen Alter, ich hab schon ewig nie mehr... wo suche ich denn? Ach da unten, suche Schnelldreckt fett da drunter SUCHE Geht noch nicht Blinkt noch so blinklich, da suche Ja, das wär's, Alter Coop Sessions, Alter Coop Sessions Jemand hat auch in den Kommentaren geschrieben, der will wieder Fifa haben Und dann müssen wir Fifa machen Ja, nach 100 Millionen Jahren kein Fifa Ja Weil erst hatte ich keinen Bock, dann hattest du keinen Bock Dann hatten wir keine Zeit Ja, und dann kam GTA Online Oh, anderer Gegner, das ist ja mal ganz neues, Alter Ich bin voll motiviert, Junge ManCity und Real waren bis jetzt die einzigen Ey, ich bin doch voll motiviert, ich bin nicht real Wir spielen mal in einem anderen Stadion, das ist doch voll der Wahnsinn Wuuu Also ich freue mich voll, ne Ach, jetzt müssen wir erstmal wieder klarkommen, hier, ich bin rot Okay Er bleibt einfach mal stehen Er hat keinen Bock oder was? Egal Ah, jetzt geht los Ach, die haben ja auch hier Patch gebracht wegen hohe Bass, Pass und so, ne? Oh nein, dann können wir aufhören, wenn ich keine hohen Pass aufhören, dann können wir aufhören Das geht, das geht aber trotzdem noch, du musst dich nur besser timen, glaube ich Hoffe ich Ich weiß es nicht, ist er jetzt da? Ist er schon verkackt Oh fast, hasse, 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 hier Bayern Bayern, Bayern Spiel machen wir, ne? Dreiecke, Dreieckebildern Was machst du denn da? Bayern Spiel ist nicht Hackespitze, 1, 2, 3 Achso, da die haben Guardiola Läu Ich bin mit dem Arsch angenommen Ja, wir haben ein Gegner aufm Oh, 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 oh Oh, neuer Ja, vielleicht sollte man noch sagen, wir brauchen nur noch einen Sieg, dann sind wir Meister nach vierten Zack Und dann nochmal Bäm Boah, was war das denn? Ja, Arjen Robin Oh, nein Nein Da hüpft er über mich drüber Was brauchen wir noch, ein Sieg bis zur Meisterschaft? Ja, und wir haben drei Spiele dafür Das heißt, ein Sieg aus drei Spielen oder Wohl auf die Kitze Oder Drei Unentschieden Sollte auch möglich sein Batz, und jetzt geht los Tiki Taka Oh, Tiki Taka Batz Irgendwie läuft der nur keiner Ja Nein, abseits Oh, wie hat er den denn geschossen? Keine Ahnung Oh, jetzt krieg ich schon wieder die Bilder von Philipp Lahm in den Kopf Diese Szenen Philipp Lahm immer Na ja, wie ich gegen Pfosten geschossen hab Das war eine meiner letzten Sekunden Ich diese So, ich muss Da muss ich in schwarz-weiß so dran Dann hängen wir dann in Zeitlupe so Nooooo Alter Beste Szene ever Ich weiß immer noch nicht, wie das heißt Wenn man so Halt so Ja, so Stimme Erinnerungen So ein Trauma hat halt ganz Und davon träumen kann Ja Trauma Naja, nee, nee, nee Das geht nicht Ich wollte durch Schweinsteiger als so Ich geh mit hier unten Ich stecke Mach ich mal mit dazu Hast du schön Hast du schön Hast du schön Oh Jawohl, jetzt geht los Tag, Junge Schmeinstein Nein Ruhig, ruhig Oh, du bist ja kein Oh, da oben Bamm Lauf rum Ich komme nach Ich rück nach Hier rückraub, weißt du Oh Hey Warte, warte, jawoll, hab ich Und los Oh, schönes Spiel Götze 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 zu Ende Oh, 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 oh Oh, schön hab ich die umgeheult oben Wie glatt, Dante denn, alter Oh Perfekt gemacht Gutes Auge von Rath Ja, neuer So, jetzt gegen Angriff Oh, schön Fußball ist die Arsion oder noch mal oben schön doch viel besser und oh warum schießt er nicht schießt gedrückt das geht schon wieder richtig ich will gar nicht davon reden nein klar bessere Wollschatten warte mal immer kein Auge ach von uns ja ach von uns ja ach von wem denn du warte mach mal kurz hier äh ich mach auf Robben rechts außen warte ich krieg den nicht angewählt ja doch oh 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 schau schau was war das der wird geblocken hab ich gerochen schönes Stellungsspiel so kann er den Ball mit Leitigkeit haben wir jawoll Mario Götze ja is nein oh Harry macht ihn jetzt ich dachte er geht rein er sagt er war so schönes Spiel ey äh äh also rück äh äh halt so war rückvorprognose genau äh Robben zieht nach innen oh man da kommen die zwei auf mich zu scheiße glaub außen mit haben wir haben wir schön vor dem Patch wär da durch gewesen hundertprozentig oh wie er da steht das Alaba oh da sollte er nicht hin verdammt egal schön oh kürze 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 nein auch das gibt's nicht glaub du da oben mit jawoll ja schön mitgelaufen schön im Weg zugesperrt zack oh das war knapp war schon Robin 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 und jetzt versuchen sie sich da oben ah da her wenn ich die Schläge spiel oh 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 das ist sowieso so unrealistisch wie alle bei rückzieher seit bei sie ja alter flickflack druck 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 mega salto schraube jawohl ja ah ne da kommt nicht nein 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 da gehen wir beide vorbei gut gern lahm haben danke oh ich wollte den abseits stellen ey oh nein er ist eine Chance für die und die machen den Reiten ja ist dir das unfair man muss sagen das ist unser erstes Koop seit seit wann ist wie ich war draußen seit über einem Monat ne ja ich glaub schon und seitdem also seit schon haben wir keinen Koop mehr gespielt richtig wir haben ja noch im Early Exist Koop gespielt eben nicht mehr ja wir haben sogar noch nicht mal die vollvision Koop gespielt naja ja ja nein wer war das das schweizsäger was hier ah mann ne aber schön schöner passen komm direkt die Antwort hier Dante Dante irgendjemand anders kann schade aber mann aber ja ja hab ich gar nicht gesehen jawohl ich glaube schön gesehen schön gesehen alter nein ich konnte gar nichts mehr machen also hier voll was ich mir aufhör auf der Exorzist die die rosa verbrechen alles Dr. H Kieckchen weil er ganz gern wir haben geschwungen kommt ja gelegt wird der Städte ab einfach die war nicht in den so das ist nein das war zu eidig er wollte da hat er sich schon ein er hat er hat immerhin kriegen wir 1 0 1 0 ja hier komm mal da ist er einfach durchrollen als einsteiger weil es gar nicht so deutlich aus wie sie haben warum die denn mehr bei besitzer gelagert in der spieler als sie war also auch hier aber alle ist gut das ist gut Spielwald Pess so Oh da leuchte hoch im richtigen Moment ist er am richtigen Ort jawohl lahm immer noch am besten auf seiner Außenseite auf sein auf der auch Koppel war ja wohl ich danke dazu bei der Zwitschmiss Götze von Koppelgeheuer weil es sein wird bei der Zwitschmiss Götze wenn man so viel Koppelung macht es ist krank er ist die größte Wendstelle Heideburg keine Ahnung der Rente war mit rein und lieber durch die Rumpel schön nein e heute jahre ja da gibt es auch weiter das ist ja sehr reißen sich alle gegenseitig oben und hause auf die Presse und dann fliegt unser Spieler irgendwie in den Rhein der alte was machte er war es schon richtig so geht der Karte der Falle zu erledigen der Barthel und die Börder Brüder 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 das ist ein Wälder ist ein Schild die Zervor und die mit wirklich selbst und werden diese Mario der Ditte der Dette da war sie immer wieder hier am Start als er war genau süß für die Krupp auch startzeit ja ich weiß auch nicht wie aber Prozent Prozent alle ein Schiller er wird er um die Brust schnell vor knapp die Spielsicht der Ball zu bieten schön eine wichtige ball eroberung im mittelfeld nein da muss ich vom ball ich trenne hasse schön nein nein ach was hat das denn so ein rollerchen boah was ein abwurf war wie robben gefault wird das war doch faul ja ja das ist so ein dreck wie er da weggeprallt wird ja und das pfeift er dann weißt du ja da liegt der assistent genau gibt es noch eine rote karte hast du oh neuer neuer was macht neuer das ist ein Tor läuft so wie so ne Krabbe geh mir der Ball, geh mir der Ball, geh mir der Ball oh man ey wie das so Drecks Tor da weißt du neuer so der ok ok ach nein fass uns ausgelaufen oh schön schön ja aber der Mitte ist keiner wir brauchen richtig Stürmer doch da kommt doch jemand ja 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 als hätte er ihn so abfangen weil er jetzt leerer Torpede hoch schön alter direkte Antwort mal diesmal sehr konsequent ja ich mach jetzt immer als Torjube den Bär den Bär wie macht man den oh ähm linken Bumper und nach oben drücken den rechten Stick muss man den sich kaufen ja ach wo er sich so auf die Knie wirft ne 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 er steht und reißt einfach die Arme hoch mal dann so aaaaaaah ja der eine davon Ronaldo weißt du oh oh Batz nein Hörl 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 oh wie er dich steht das ne ja genau wie er das nicht will oh schön wie er zurückkommt und weg haut einfach so eiskalt hau ihn um oh schön in den Ball Dante Batz jawoll und jetzt geht weiter nach vorne da soll der nicht hin ich hab doch recht oh ich hab gedacht er spielt nach hinten druck druck was jawoll ach für uns jawoll der Pfeift ich versuche links raus auf den Robben äh Ribéry ist links also so in den Raum weißt du wo ich mein ok ja ja ich lauf da rein jetzt Teller warum krieg ich den auf einmal ja und warum war ich auf einmal Dings wööö wöö 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 vor der wär jetzt reingegangen oh man hätte ich mal ein bisschen gewartet hätte ich den mal angenommen hier haben wir die Ballbesitzstatistik oh nein oh nein neuer alter wie er sich reinwirft oh jetzt da oben jawohl lauf vielleicht einmal rüber ganz ja schönes Ding nein oh schade 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 alter nein oh schön schön mitgelaufen oh alter versteh ich nicht warum Pfeffer nein leuer oh ja pf 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 oh oh ich laufe Hamba Hamba groß ich dachte er wäre noch draußen schade 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 oh jetzt wollen sie wissen an hallo ist das habe ich nein blablablabla der will eh nach hinten ja habe ich gesehen oh nein ja oh yes 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 das ist ein knappes Spiel voll spannend ja endlich mal spannend ja sonst haben wir die immer pf tja gefegt jetzt konnte er nein nein oh ich dachte er kriegt denn da in den fuß das wäre bieter 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 oben leu der pass oh neuer neuer pass auch ok jetzt geht los zack ah ne oh riecht denn riecht denn riecht denn riecht denn riecht denn riecht denn oh gut für sich im richtigen Moment ist er im richtigen Ort ah ah dante alles klar oh ey riecht 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 langsam langsam aber genug eh kurz ist kacke ich guck immer zu riecht er geht ok ja er genau noch mal mit riecht oder angestuft viel alter die der braucht man 12.000 Jahre bis er wieder in den Puschen kommt da hinten wenn er da den Trick macht oh schön ey der hält doch komm nochmal auf oben jawohl jawohl nein was macht der Njöcken nein nein haste komm schon komm ruhig noch zwei Minuten den der ist zu weit den kriege ich nicht den kriege ich leider nicht den kriege ich leider nicht ok ok ja 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 nein ja abseits das ist das ist das ist noch viel trauriger der wir haben ja noch zwei spiele zerstoffen und aufgestiegen sind wir eh schon also na stimmt egal wir wollen den titel richtig und den holen wir in der nächsten Folge auch jajaja Untertitelung des ZDF für funk, 2017